und da sind wir wieder hier mit einer neuen folge ama 3 distrikt 41 hier auf der don krümel und der die gamer der mal wieder sein auto kaputt gefahren hat wir spielen jetzt ungefähr schon seit circa einer stunde haben noch mal eine runde cannabis gefarmt und der genau und haben uns waffen gekauft letzte folge gesagt haben wollen wir jetzt ein paar leute ausrauben ja die hat jetzt so im gefühlten hundertsten mal sein auto kaputt gefahren hier zwei mal genau so viel wie don krümel auch ja wie ich es hier noch betonen muss ähm was anderes die magazine die hier liegen ja die magazine die hier liegt die kann ich ja die kann ich nicht aufnehmen aber ich weiß nicht mehr du drückst i und dann kannst du sie einfach dann kannst du ja links den boden angezeigt dann kannst du einfach überschieben ja mach das aber nicht ja aber hast du was im rucksack noch ach alles da ja ja nee 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 per hand verladen ah ich hab ihn hand verlegen mit r lädst du nach und mit shift h steckst du die waffe zurück shift r oder was linkes shift h ist die waffe einstecken und mit r machst du ein reload und wenn du die waffe ausgerüstet hast stellst du mit f deine schussfrequenz um oder wie bei mir halt zum beispiel zum granatwerfer ja das sieht schon mal besser aus ditschi nichts an aber hauptsache eine waffe so geplant ist dass wir zur kälterei fahren und und ja ohrenstöpsel nicht vergessen ja gerade bei der aufnahme ist das ganz gut geplant ist dass wir zur kälterei fahren und dort der gute dich immer da er als einzigster keine waffe hat die leute anspricht und wir dann von den seiten kommen und wie die ganzen bettler hier die jetzt neuerdings ihre machenschaften aufziehen das sind auch die haben die haben irgendwie aus rumänien die leute eingeschifft quasi nach 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 europa oder in deutschland also ich weiß nicht warum mein auto gerade so krass nach rechts gezogen hat auf jeden fall bin ich dann noch geflogen das ding jetzt haben wir machen das wie die rumäen wir nehmen den ditschi als blumenkind ja und dann schlagen wir zu das wäre es jetzt noch gewesen weißt du ich bin voll ausgerüstet ja und fahr gegen den baum ja noch schön die 50.000 für die waffe ausgehauen richtig wo ist denn die kälterei gewesen nochmal einfach am felsich aber fahr nichts kaputt genau da haben die kraft sind nicht weil für sich fertig ist selbst so ist du fährst am felsichfeld vorbei die tipp ist unten auf der kohle ich habe ich habe es mal hier ja aber am felsich am felsichfeld haben die aber ja und was sie doch erst noch verarbeiten die arbeit machen lassen lieber 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 eine tankstelle bei der ketterei können wir es da direkt verkaufen ich fahre es noch ein bisschen weiter aus und dann fahre ich noch links weil ich habe ich habe ein pilo hinten rein zu fahren ja habe ich der coole autotransport machen könntest also wirklich so ein laster mit autos ach so das wäre krass ja wenn es so ein laster gäbe überhaupt ja und könnten wir uns gerade hinten drauf stellen und wir können es fahren ja ich bin ja auch kanadenlos hinterher gefahren also fahren wir jetzt zur teilstelle beim beim dörfchen war bei den genau ja wenn es wenn zu wenig macht ne wenig bringt quasi echt jetzt dann warten wir hier mal kurz dann fahr ich mal mit dem auto in die garage geht das ich pack mal echt geht es nicht ja guck doch mal ich sehe es nicht ha ha ich fest oh nein oh geil das ist ja schwul hört denn das auto da ja ich sehe es halt hier hin ist ja wurscht so kam ein bisschen musik angemacht wo ist denn das auto also ich bin auf dem weg ist direkt rechts an dem haus genau gegenüber von der tanke direkt gegenüber von der tanke weil wir hier steht auch dran ah da versteckt man es nicht vielleicht gehört hast du dem haus weil ich hatte das haus jemand gekauft ja aber ich wüsste gerne was wo man sich die die striche kaufen kann tatsächlich du kannst hier reingehen aber ne windows taste müssen wir drücken ne einfach einfach am haustaste willst du mit windows taste ne doch hier haus kaufen windows taste der mieterbund schatz in seinem unterlagen 360.000 vier lagerboxen ok könnte man sich überkaufen könnte man hier alles einlagern ist ja gar nicht so schlecht hätte man da auch eine garage dazu wo man was bauen kann ich weiß es nicht kriegst du dein auto jetzt eigentlich nicht mehr raus oder bist du draußen wenn du weiter gehst geradeaus hinter den bischen links hinter den bischen hinter garage ah da stehst du ok alles klar das sieht aus wie ich hier in das hause einbrechen wie kostet denn das hier hatte für 250.000 kostet das hier wie viele spiele sind im moment noch online genug eigentlich ja aber paumia zum beispiel die sind ja sehr pvp-mäßig unterwegs ap genauso real slim shayne fink den rodriguez den müssen wir ausräumen die müssen finken und ausräumen ja aber wo treiben die sich rum na ditchi wo bist denn du ich bin gerade abgebogen ich fahr Richtung kälterei die frage einfach mal dreist die frage einfach mal dreist das ist natürlich auch geil gucken ob da jetzt jemand antwortet medik 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 kannst du ja nicht nicht ausrauben loch dreist da geht es ja nicht nur ok ja ich auch ok ja ist ok wenn der kommt alles klar ähm ja wo habt ihr jetzt geguckt also bei der kälterei ist keiner wo ist doch da müssen welche sein ne da bin ich alleine bist du an die kälterei gefahren oder was ja ist echt keiner nein hab mich voll angelogen ey niemand ist hier gut zu wissen dieses knistern das in der Luft liegt was siehst du pillow du wurdest schon gesehen du wurdest schon gesehen dass du mich ausgeraubt hast das ist scheiße probiert der hat sein geld wieder bekommen ne ich nix da ok krass komisch komisch komm ich schreib geh mal mit den mit mit punkt und komma in den knuddelschat quasi ja da steht zivi knuddelschat und und schreib mal irgendwie und dann musst du rechts nebendran mit diesen strichen drückst du drauf und da kannst du dann was schreiben und schreibe schreib da was rein bitte Gruppenchat ja ne na schreib einfach mal ähm test oder so oh ja der Ditchi hat mir ja wer kommt denn da jetzt hier durch den durch den ort oder ne medic medic jeder das ich hab was reingeschrieben ne nicht krass hast du überhaupt ein funkgerät brauchst du ein funkgerät um da reinzuschreiben echt jetzt blauer channel ist das ja ach so dann kannst du liegen warte mal ja das ist ein blauer channel drüben ist auch ne dankstelle da gibt's doch kein nicht nur bestimmt das kaufen oder ja genau da kannst du kaufen oder kann ich hier kaufen ja doch doch ja 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 hier kann er kaufen supermarkt funkgerät oh da kommt jemand ja ja medic kommt zum kälterei wir kommen mehrere mehrere auch bloß zur kälterei jetzt ja 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 mehrere da war ein medic und einmal ein grünes auto und ein gelbes kräftest du nicht die ganze zeit hallo alles in ordnung aus steig was ist denn mit dir los was ist denn mit dir los nicht im seit channel was lass aufsteigen überfall kommt ihr mit hallo jungs hallo warte warte ich muss aufsteigen ja hallo du bist auch im seit channel nicht im seit channel richtig so richtig im direkt channel mit punkt und komma ähm musst du es anstellen ist rechts weiter gefahren ja ihr seid ihr seid ja keine polizei also werde ich mich ja nicht ausweisen ihr seid ihr einmal ja ich stehe bei der kalterei an dem komm mal her komm mal her was warst du was passiert die wollen mich überfallen ja der hat ein auto geklaut okay du kannst sagen dass deine kollegen ja aber die hätten wir überfallen können ja hier rundherum stehen mit waffen und auf euch zielen ich hab sie nämlich im visier okay kannst du dir ruhig sagen wenn sie dich überfallen wollen ja ich glaub die sind selber verrückt die klauen sich gegenseitig die autos echt jetzt die haben langerweile sind da noch andere leute außer den medics ne ne mensch das blende du nase nimm halt ein night mission raus hier ist es hell genug also ich hab sie auch anvisiert steht ihr auch an den bäumen ich stehe sogar ein stück weiter weg okay nice also dj sagt ein wort und ich schieße naja das nicht kein medic umbringen ja wenn der unseren kameraden bedroht dann darf ich den umbringen ja wenn der unseren kameraden bedroht dann darf ich den umbringen nein ja ne 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 also meine leute haben euch im visier ne macht keinen blödsinn stehst du denn genau die im auto rechts auch immer einmal in die luft schießen oder sagen das was was sagen die weiter habe ich nicht verstanden die machen irgendwas mit meinem auto ich immer weg könnte schießen so noch können wir schießen ja was 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 machen die die machen mir jetzt an mein auto irgendwas okay kommt zu gewährleisten immer ein bisschen ein warntschuss achtung meine leute schießen und wenn ich hier sind dann geboren wieso wenn ihr mein auto klaut so die emotionen mal ein bisschen runter waren hier mein kollegen ein bisschen angst mit dem was sie hier machen also kommen wir runter auch wenn sie langeweile haben ja 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 ja! Herr Breiniak, ja, ich habe Ihren Kollegen hier nur aufgezählt, ja, es ist meine Pflicht, dass das Auto hier verkehrt sich alles bleibt, ja, die Scheibe ist kaputt, hier unten ist das... Überrascht, du? Nehmen wir mal die Waffe runter, also, was soll das? So kommt natürlich keine Polizeikontrolle mehr durch, ich wollte Ihnen ja nur helfen. Jetzt mal meine kurze Frage, findet ihr euch cool, unbewaffnet mit einer Waffe zu bedrohen? Also, sag sie mal hier, nehmen wir die Waffe runter dorthin, komm, wir haben jetzt unseren Spaß, es ist nachts, wir haben einfach nur Spaß. Ist da, ist da, Philipp bleibt nur im Hintergrund, ich würde Ihnen raten, Herr Gamer, bevor die nächste Waffe runter, komm, würde ich die Scheibe reparieren lassen. Boah, das wird repariert. Okay, das wollte ich Ihnen nur sagen, weil mit so einer zerschossenen Scheibe wird sie keiner durch die Polizeikontrolle, geschweigend durch die Tüffler. Ich bin gegen einen Stein gefahren, die ist nicht zerschossen. Wenn wir drauf schießen, dann ist sie zerschossen. So, jetzt sind die Steinschlüsse reingeflogen, ja, ist ja egal, aber es dient jetzt für die Sicherheit und zur Sicherheit der andere Verkehrsteilnehmer. Jupp, jupp. Der Stoßfänger da unten, der ist halb so wild. Cool, ich hab schon mal gehört. Äh, Server ist dort in 30 Minuten, ne? Okay. Gut, ähm, ich würde sagen, wir ziehen jetzt Position hier ein und warten dann, bis, bis jemand kommt. Der Verderber, ehrlich. Hab ich gehört? Der Verderber, hab ich gehört. Das hab ich auch gehört. Das hab ich auch gehört. Ähm, 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 ja, ich wollte, ich muss die Scheibe, ähm, 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 ähm. Ja, ich hab mich echt erschreckt, als ich geschossen hab. Wir haben alle geschossen, glaub ich, oder? Ja, irgendwie. Nee, ich und, äh, Donner haben geschossen, glaub ich. Ja? Achso, okay. Hm. Aber das ist so laut, das Ding. Deins war extrem laut, meinst du? Puh, 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 puh... Und meinst Piuuuu Die Schallmaui durchbrochen Ah, guck mal, der ADAC von der Schwabe, der ist doch letztens verreckt Ja, der Schwabe hat auch uns ähm, letztens... War das nicht der, wo du dich eingeschlossen hast in dem Auto? Ja, das war der, wo ich mich eingeschlossen habe Was? Wir könnten jetzt mal fahren, die Leute Machen wir euch da ein bisschen kirre Ja, wie gesagt, ich stehe im Gebäude, ich hab zwar nur noch... Wow, wir hatten das Licht angemacht Ich Haha, was sieht aus? Ich hatte das Nachtsgerät an dem Auto Das ist voll hell, alter Schilder Ja, Ditchy, komm mal hier hinter, hinter das Haus gefahren Tu einfach mal so, als würdest du wegfahren Und fahr mal nen Bogen Wo, wo parkt ihr denn? Bei den... Ja, an den... ...gelegenen Bäumen quasi ... 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 Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich habe so ein krüppeliges Behördenauto. Da kann ich nicht viel machen. Du musst es dann eher tun machen, dann musst du es wieder zur Seite checken. Okay. Also es ist wirklich ein schlechterer Auto. Ja, mit meinem dann auch schlecht, glaube ich. Ja, aber du kannst wenigstens auch fahren und besser fahren. Fährt er hinter mir? Ja, das bin ich, das bin ich. Alles gut. Sagen wir es zu hell. Ich? Nee, das war kurz zu hell. Geh nicht ins Licht. Nee. Egal was sie sagen, das ist nicht das Böse. Ditchi, du bist hinter uns. Nee, ich bin vor euch irgendwo. Vor uns sogar? Ja, irgendwie. Bin kurz und quer gefahren. Verstehen wir zur Stadt. Ah ja. Okay. Ja, die habe ich eh. Alter. Er hat heute bei mir extrem geleckt, ne? Ja, ja. Ja, bei mir halt auch. Boah, das war kurz vor mir. Ich dachte vor ihm rein, ne? Ja, das ist mir letztens passiert. Nee, nee, bin ich ja nicht. Jetzt werde ich hier reingehalten. Was war das hier wieder? Die Straße sind beschissen. Das ist das. Oleg. 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 Ja, du großer. Ja, ja. Oleg, der Baba. Alter, riesen Legs. Das ist ein Auto gewesen. Wo? Ja, wenn du auf den Weg zurückfährst, da kommt über der Belsen, da rechts ist ein kleiner Sprinter. Ja, stimmt. Das ist ein kleiner Sprinterchen. Das ist ein kleiner Sprinterchen. Das kommt uns ein Auto entgegen. Ja? Ja? Ja, von meiner Seite. Von meiner Seite. Von meiner Seite. Reicht er aus? Reicht er aus? Ja, er reicht schon aus. Oh, schau. Ja, ne. Hätte ich aber richtig gebannt, den Wegser. Ne, hätte ich richtig gebannt, den kleinen Wegser. Ich hab' nichts geschrieben. Entschuldigung. Mit dem Bus? Ne, mit so einem großen Auto. Alter, ich werde. Ich bereite sich vorsichtig. Ich blende sich. Ja. Und du hüpfst doch mal schön. Ja, ich lass mich jetzt ausrollen. Das ist super. Schade, schade, schade. Also ich hätte gerne gesagt, Leute jetzt ausgerockt. Oh, ja. Aber, dann müsst ihr leider... Ja, ja. Wir haben wenigstens Leute gedroht. Genau. Das ist ja schon mal fest. Aber dann müsst ihr dann... Leider, liebe Zuschauer, bis zur nächsten Folge warten. Was ist das? Schon mal links, ne? Das ist nicht leider. Ja, rein links, oder? Ja, macht das links, ja. Und dann musst du beim ersten Haus, weil ich das... Also, ähm... Ich fahr auch direkt durch. Rechts. Ja, rechts runter. Also, hier wo ich stehe, musst du rechts runter. Jo. Warum ruckst du denn bei mir grad so krass? Hätte der Straße, steht links ein Ländchen. Und an dem Ländchen musst du links vorbei und dann noch mal links. Dankeschön. Ich fahr auch nicht direkt zur Garage. Und damit bedanke ich mich dann fürs Zuschauen, liebe Leute. Und freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und dann werden wir auf jeden Fall Leute ausrauben. Kann doch nicht sein. Auf jeden Fall. Am besten beim Innenfeld oder so. Ja, genau. Irgendwo da so. Oder vielleicht mal keiner bestellt. Den Typ ansprechen und einlagern, ne? War das so, ja? Genau. Genau, richtig. Und dann sage ich mal Tschüss. Auf Wiedersehen. Und tüdü. Tschüss. 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 Tschüss.